So, herzlich willkommen pünktlich zum Ruf. So, herzlich willkommen pünktlich zum Ruf. So, perfekt, also wir machen praktisch da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich gucke mich jetzt erstmal im Shop um. Da gibt es natürlich jetzt nichts, was mich irgendwie erfreuen könnte. So, danke. So, danke. So, danke. So, danke. So, danke. So, danke. So, hier oben waren wir schon. Im Moment haben wir auch alles voll. Also, bis jetzt spiele ich Dead Space wirklich nur von Let's Play zu Let's Play. Ich habe mir auch nur zwischenzeitlich jetzt mal, ich glaube einmal war das bis jetzt, habe ich mir angeguckt, wie ich da weiterkomme. und spiele das praktisch blind und biete euch dazu ein bisschen Commentary, dass die ganze Sache natürlich versteckt für mich interessant macht, wie ich finde. Mal gucken, was es hier gibt. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier sieht es doch mal richtig nett aus. Vielen Dank. 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 Ja, das scheint doch noch ein Boss. Vielen Dank. 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 Just... Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ...... 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 ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... Schnell ein MediPay kaufen, ganz ehrlich, Level 3, ja, Anzug Level 3 kaufen, anziehen. Kaum Unterschied finde ich jetzt. MediPay klein. Besser wie nichts. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Gut. Dann schnell zurück. Auf die Zeit. Gut. 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 Vielen Dank. Das können wir auch endlich mal speichern. Mal nach unten, mal gucken, was es da noch zu wollen gibt. Ich bin mir sicher, dass ich da irgendwas übersehen habe. Nein, das ist es erstmal nicht, was wir bochen. So geht es hier doch weiter. Und wo geht es hier weiter? Ja. 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 Ah, gut man. 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 So, erstmal die Energie aufladen. Ah, gut man. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hasse das Vieh jetzt schon. Ah, verdammt. Und bam. Autsch. Ha-la-ha. Na, scheiß. Ich hatte den sogar fast. Hätte ich nicht zwischendurch ein paar Zielfehler gehabt. Durch die Echtigkeit. Und da. Ja. Bam. Deswegen. Alles klar. Dann gehen wir mal direkt drüber ziehen. Dann gehen wir mal direkt drüber. Dann gehen wir mal direkt drüber. Dann gehen wir mal direkt drüber. Ah. Oh. Jetzt darf ich den auch noch ganz weg schlippen. Ich speichere mal kurz hier. Dann haben wir den schon mal erlegt. Und da ist eine weitere Türe. Ich stelle jetzt hier den Schock. 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 Was willst du denn? Komm schon. Und... Mensch... Ich stelle jetzt hier den Schock. Ich stelle 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 hier den Schock. Vielen Dank. Da kann ich mir den auch noch aufbewahren, bis ich ein bisschen mehr habe. Dann kann ich mich besser entscheiden. So, auf und auf zur letzten Schlacht. Bevor unser Livestream dann für heute endet. So, auf jeden Fall. 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 So, 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 oh, ich hasse euch. Ach verdammt. 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 Das war's für heute. Ich kann das alleine regeln. klingt super mal die Ladezeit verkürzt durchstehen durchstehen nicht und was musste ja da jetzt passieren was ist da gelb und immer noch nur diesen ein bleiben mit der Werkbank und die Vielen Dank. 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 What's... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...